hallo und wieder herzlich willkommen auf meinen kanal und wieder gibt es einen neuen bonuscode den werden wir uns wieder ansehen wir haben wieder mal drei tage premium dazu drei seelensteine das ist ein klein wenig mau ja also das da geht schon mehr dafür 300 essenzen der macht die großen natürlich die 300 prozentig das ist natürlich schön und dreimal kraftvoller heiltrank dankeschön dankeschön so und wir haben mittlerweile aus dem trager event unsere waffe rausgezogen ich habe sie leider etwas zu früh zusammengebaut macht aber nicht ich werde mir auch hoffe ich noch eine zweite holen und den gnome habe ich mir geholt den verstärkten ich hoffe euer event spiel läuft auch ganz rund und wir sehen uns beim nächsten mal